Hallo meine Freunde zu einem neuen Let's Play. Und zwar der Raubüberfall. Ich mache mit jemandem zusammen den Raubüberfall. Das ist so eine Mission. Ich darf das ganze fahren. Wow. Wir sind in einem cool getunten Wagen. Er ist auch schön gepanzert. Ich muss jetzt hier unten auf die Karte suchen. Ich bin immer noch. Ja, ich bin aber auch das ganze ist. Ich habe auch das ganze Zeit gemacht. Ich habe auch sehr viel trabalłości in das und ich werde mich sehr damit bewillen. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr über das Karte war. Ich habe es wieder mal gemacht. Aber ich werde mich nicht weiterfassen. Ich werde mich besser ran. Langsam? Ok, das ist nicht der Lange. Nur, er ist ein bisschen schneller. Ich muss ihn jetzt abbilden. Sie muss jetzt hatchen. Und nachher muss sie noch führen. Es gibt auch ein paar Kursen. Und jetzt müssen wir nur noch zu der Bank fahren. Geradeaus. Eigentlich fast nur geradeaus. Es gibt auch ein paar Kursen. Ich habe noch gar keinen Kratzer. Es war richtig cool. Ich habe noch gar keinen Kratzer reingekrackt. So, nur noch 500 Meter. Hoffentlich schaffen wir auch ganz unsere Bank, die wir wollen. Ausrauben. So, er redet jetzt noch ein bisschen. Wir haben uns jetzt reingehackt. Das bedeutet, das ist geschafft. Jetzt können wir aussteigen. Und jetzt gehen wir direkt in die Bank rein. So, Überfall. Hopp, 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 hopp. Überfall nach hinten. Überfall. 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 Hopp, hopp, hopp. Es ist ein Überfall. Es ist ein Überfall. Ich schaue, hopp, auf den Boden. Ich passe schon auf. Ich passe am meisten auf dich auf. Ich passe mal auf den Boden. Und jetzt gehen wir auf die Kamera. Sie sind ganz schön zu sehen. Und das wäre natürlich blöd. Hopp auf den Boden. Jetzt sind wir rein. Wir sind ein bisschen ruhig bei Davin, aber der hier, der hier muss. Wir sollen die Zeuge auf der Kontrolle halten und hier unten sieht man, so jetzt hopp, 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 hopp. Wir haben alles geschafft. Jetzt sollten die Bullen kommen. Komm, steig ein. So, jetzt. Mixon, mit ihm fahren wir zusammen. Mixon nochmal. Und jetzt, jetzt, was passiert jetzt? Boah, wir fahren so geil. Einfach so mega geil. Wir fahren hier. Bisschen, du... Wir haben hier einen Pullen, ja. Und dass er kommt. Jetzt, jetzt könnte ich das Ganze. Das ist mega cool, weil wir werden jetzt von einem Jumbo, nein nicht von einem Helikopter Ist der hoch gezogen? Nein, oder? Nein! Nein, nicht euer rechts! Nicht euer rechts, sorry! Wow, also warte es doch zu, dass es richtig richtig zu ist! Nixson, wir danken dir, dass du mit dieser Mission mitgeholfen hast und es ist richtig richtig cool! Lester! Jetzt kommt Lester! Was? Er ist gut drauf! Er hat Gold, ich habe Platte... Er hat besser als ich... Ich habe 70% bekommen von Geld... Nicht schlecht! Oh... Ich bin ein neues Level... Ja, ich bin ein neues Level... Und ja, ich verabschiede mich jetzt und sage Tschüss, bis zum nächsten Let's Play oder bis zum nächsten Video! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao!